Moin moin und hallo Leute, hier ist mal wieder Mr.Aphimus und mit mir dabei ist der Murdoch und wir haben uns heute mal dazu entschieden, eine Runde MW2 zu zocken. Genau. Deswegen jetzt eine Runde ganz normales TDM-Softcore. Go, go. Mal gucken, ob wir das finden. Sind ja nicht mehr viele Spiele online, so wie es aussieht. 1250 steht da. Wo steht das? Das stand bei mir, wenn ich bei der Liste reingehe. Oh Gott, ein gegnerischer Clan. Achso. Und mir fällt gerade auf, ich muss nachher erstmal wieder den Sound anmachen. Den habe ich komplett ausgestellt bei mir. Ach, Wasteland. Oh Gott. Das ist scheiße, ne? Wollen wir, stimmen wir dagegen. Ich habe dagegen gestimmt. Alter, komm, eine Stimme. Bitte. Ich auch. Yeah. Komm, das machen, ja, das machen die immer noch. Wenn es so eine Stimme ist, dann machen sie es noch. Der eine da unten heißt wirklich. Afghanistan ist eigentlich. Ghost Warrior. Ne, hier, da heißt einer No Pizza for you. Ja, stimmt. Gott, das ist schon eine Weile her, wo ich auf dem PC gespielt habe. Ja, ich habe jetzt auch wieder eine Weile nicht gezockt. Ich wusste echt gar nicht, was ich zocken wollte, sollte oder so. Und dann habe ich einfach aus langer Weile Big Farm angefangen. Big Farm? Was ist so alles denn Big Farm? Na, Good Game Big Farm, den ganzen Zeug. Hat Laura nicht sowas auch mal gezockt? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ach, in Paradise Island spielt sie, aber das ist auf dem Smartphone. Ja, das ist halt, das ist nur so ein, du hast sozusagen deine eigene Farm, wo du, ähm, Sachen anpflanzt und verkaufst und alles so eine, alles so eine Gritze wirst du einfach nur um Zeit zu vertreiben. Und dann ab und zu mal wieder Minecraft, jetzt mache ich ein Survive, also ein Survive-Mode, ähm, ganz normal gezockt halt. Ach, ganz normal? Nee, nee, nicht Hardcore. Und einfach baue ich mir was off und mal gucken, wie es denn dort ist. Hatte ich noch eine alte Map. Ach, du hattest echt noch eine? Krass. Ja, ja, ja. Ey, cool. Na, einige, ja. Ach, spielst du auch mit von Mars, sehe ich gerade. Ja. Hier auf der Map geht das nicht, Anna. Alter, ich krieg hier fast 60 Frames, ich bin ja total buff. Halt. Ja, ich, alter. Es fängt schon wieder so scheiße an. Wieso, du hast doch einen Kill gemacht, sei doch boh. Oh, alter, wie schlecht. Ja, drei, aber das reicht nicht. Wisst ihr, ich, ich, baller den dreimal, äh, kommt eine selber auf den. Und der verreckt mich. Das ist dann echt bitter. Oh Gott. Oh, hab ich mich erschrocken. Erstmal wieder reinfinden in den Flow, glaube ich. Oh, und ein Legger. Irgendeiner spielt hier mit Schalldämpfer. Oh Gott, der scheiß Sniper ist da ja immer noch oben. Verdammt, ich dachte, der ist längst weg. Ey, aber auf der Playstation spiel ich mit so anderen Klassen als auf dem PC. Das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht. Aufklärungsdrohne online. Oh. Und schlusslich auch. Das würde jetzt gerade echt ein bisschen... Ja, weil ich denn wieder schlecht zocken würde. Ja schon, ich meine nur, gerade so wirst du, jetzt wurde es so ein Laufers. Oh, nicht Painkiller. Ach man. Ich brauche was vollautomatisches, sonst wird das hier nischt. Wo sind denn die da oben? Alter, wie viel die hier mit Schmerzmittel schlucken, das ist echt nicht mehr feierlich. Das vergesse ich immer. Ja. Wo gucke ich hin? Scheiße, scheiße. Ne, wo bin ich? Hier. Na, jetzt habe ich da oben. Oh, da kämpft er. Jawoll. Sehr gut, Max. Das haben wir sauber im Team weiterledigt. Das sind ein paar Paztenräter. Sind das Heinis. Geht ja gar nicht. Wie die campen. Ey. Jetzt habe ich einen Harry, Alter. Was geht? Yeah. Da kommen sie alle um die Ecke. Go, go, Junge. Oh nein, die haben einen Harry auch umgebracht. Wieso? Nein, wieso? Ihr hattet keinen Grund. Ihr hattet euch nichts getan, außer euch zu töten. Alter, wir machen die ja richtig nass, wa? Machen wir das? Na, guckst du dir mal an, score. Du hast, Alter, ich dachte gerade, du hast 20 zu 3, aber du hast 14 zu 2. Das ist ja fast noch krasser. Ich gehe mal ein bisschen vor. Ah, na jawoll. Sehr gut, Max. Na, das war ja, das war ja einfach. War man top? Easy Mode. Na ja, fast Ghost Warrior hat es noch weggezogen. Ja. Boah, ich muss erst mal gucken, was ich hier entlassen habe. Das habe ich völlig vergessen, mir mal eine Übersicht zu geben. Also, hier bei Invasion oder was jetzt kommt, finde ich, macht sich übelst geil die Vector mit Schalldämpfer, Fingerfertigkeit und, warte mal, wie habe ich denn die? Fingerfertigkeit pro, Feuerkraft pro, ruhige Hand pro und Schalldämpfer drauf. Und die geht so derbe ab. Sehr geil. Muss ich mal ausprobieren. Also, ich habe die auch, ich habe die mit Plünderer pro Stadt, ähm, Fingerfertigkeit. Na, ich brauche Fingerfertigkeit einfach, dass du wirklich richtig abgehen kannst. Ja. Ansonsten wird das nisch bei mir. Boah, ich habe die M4, Alter. Die M4 rock ich auf der PS3 so dermaßen. Das ist unglaublich. Die spiele ich fast nur. Die M4 habe ich auch noch. Die finde ich dreimal geiler als jetzt die, äh, Skaha oder sowas. Die Skaha fände ich aber auch gar nicht so schlecht, die macht ordentlich Damage, ey. Ja, aber hat nur 20 Schuss im Magazin. Reicht mir nicht, dann baller ich lieber ein paar Mal mehr mit, äh, M4 rauf. Irgendwie. So, jetzt habe ich mir mal ne AK-Klasse gemacht. Oh, scheiße, jetzt ist Ghost Warrior bei denen. Na, dat wird ja was, Maxa.